Ich visier die Häuser Südwesten an. Südwesten? Ein Team ist auf jeden Fall bei uns. Kriegt auch dieselbe Route. Südwesten oberhalb von der Straße, oder? Rechte Seite von der Straße, wenn du drauf zufliegst. Einer ist links von mir. Alter Vater, hier ist die Hölle los. Ja, aber die gehen alle rüber. Runde bist du. Einer landet bei mir. Bei der Halle. Land bei dir, Protzke. Einer landet bei mir. Wollte aus Sach, hat es nicht geschafft. Da ist eine Maschinenpistole. Schnapp sie dir, mach den kalt. Ich höre die Mini-Uzi. Hier ist auch eine Uzi, gell? Ja. Lass ihn schnell machen. Wo ist er? Links im Haus. Das Haus mit dem Dach oben drauf. Hier. Hier ist er zumindest gelandet. Ja, der ist oben drin. Okay, warte. Ich warte hier unten, du gehst rein, okay? Boah, ich lieg. Der hat gut gefressen, komm schnell. Der hat gut gefressen. Der hat gut gefressen. Hat die Pumpe. Also wenn du hoch gehst, bewegt dich. Saschen? Nein. So ziehen wir zurück. Gehirn. Ich höre dich. Der ist drin. Erster Stock. Beziehungsweise könnte auch ganz oben sein. Abgefressen. Hier liegen vor Wände, schnapp sie den mal. Einer kommt rein. Vordere Türe. Durch. Hab ihn gedaunt. Erstaunt. War das? Ne. Ne, also es war ein anderer auf jeden Fall. Oh, der hat einen AK. Äh, direkt von der Türe. Kann der oben raus? Ja. Oben übers Dachkant der raus. Der ist hier im ersten Stock. In dem Haus, wo wir jetzt drin sind, ja. Nice. Tot. Dem geht's nicht so gut. Leute, war der gedaunt? Jo. Oh Gott. Ich hab's nicht gesehen, dass ich den down geschossen hab. Hat jemand für euch nen Drink? Mh... Ich hab irgendwie's Kopfschmerzen. Ähm. Einen Drink hab ich nicht. Wir machen Mittel. Wir haben Verbände. So entdecken wir auch noch. Hier oben beim Tippen. Einer kommt zu uns. Aus Richtung Süden. Läuft den Hügel hoch. Dann geht's gar nicht so gut. Unten ist schon ein zweiter irgendwo. Ja. Aber wo? Hast du ihn gesehen? Mh... Der ist schon die Mauer herangelaufen. Halt doch, wieso? Welche Liege? Und welcher Mauer ist der? Die Direktion. Ohne Richtung Abgrund. Okay. Hast du ihn da zerrissen? Das ist klar. Ja. Halt doch, wenn du da runter... Ja. Der steht hier hinten. Ja, ich seh ihn. Halt doch. Nice Jungs. Äußerst dezent. Gut gemacht. Man muss euch ja auch mal loben, ne? Man muss euch ja auch mal loben. Ja. Wir sind in der Zone. Es ist alles gut. Wir sind total entspannt. Ja, nix. Achte. Braucht jemand ein Visier? Kann ich jetzt troppen. Wir haben einen Rotwild, einen Holo. Visieren nehme ich gerne. Alter, hast du geguckt? Hier. Wurz, Wurz. Wurz, Wurz. Wurz, Wurz, Wurz. Wurz, Wurz. Wurz, Wurz. Wurz, Wurz. Wurz, Wurz. Einfach mal ganz runter scrollen. Das müsste jetzt das komplette Team gewesen sein, oder? Jo. Theoretisch, ja. Ich hab zwei, ihr habt hier was ein, oder? Ich bin in der Zone, Leute. Habt ihr alles durchgelootet bei denen? Ich hab den am Hang. Der ganz unten halt. Ja, ich hab den oberan. Das war schon gar nicht mal so schlecht eigentlich, was wir hier so angestellt haben, oder? Gut, ja. Ja, muss man schon sagen. Das war schon äußerst dezent nett. Ja. Die haben wir gut erzogen gehabt. Ist er bei mir im Haus? Ja. Warum machst du das? Weil wir gleichzeitig auf den verteilten Seiten reingeklaufen sind. Hm, das ist gut. Ich sag' ne Double Penetration fürs Haus, oder? So zu sagen. Haus-sharing. Ja, und zwei. Haus-sharing. Haus-bang. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Braucht jemand noch ne Auto-Snipe? Äh, Auto-Sniper. Auto-Pumpe? Ne, danke. Ne. Mach ich das auch. Aber warum knallt's hier eigentlich so? Kann man das mal erklären? Weil, ne Ahnung. Ich mein, grundsätzlich weiß ich schon, ne? Dort, wo der... Wo der Explosions-Ding jetzt ist. Hm, da brauche ich nicht rein. Sind viele Gegner. Ne, geht mir jetzt schon wieder auf den Sack, ey. Opie, können wir den nicht einfach rausschmeißen irgendwie? So. Was ist da der Skill los? Das glaub ich auch nur du. Gesehen davon, dass ich einfach nicht von... über eine zwei Zentimeter hohe Mauer springen kann. Hä, wer hat denn hier aufgemacht? Bang, bang. Bang, 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 bang. Lange ist er aus dem Kopf, Alter. Äh, bei mir sind Häuser offen, ne? Ratze. Ja, ich geh davon aus, dass die auch gelootet haben. Die hatten immerhin Waffen und Rüstungen. Ja, aber die sind nicht von der Seite gekommen. Verstehst du wie ich mein? Fühlst du wie ich denk? Ja, ja. Ich spür's so ungefähr. Braucht ihr um für euch nur ne Weste, ne 1er Weste? Nee, danke. Jetzt ist die ganze Stadt abfarmen. Mhm. Abfräsen, abgrasen, ab... Aber den Frieden da mit den... Häuschen da, den trau ich noch nicht so ganz. Und dann müssen wir... Die Granaten werden wir definitiv keine brauchen. Ich hab's mittlerweile drei, vier Stück dabei. Ja, hier brauche ich. Was habt ihr dabei? Granaten. Granaten! Granaten, Granate! No, Lot, Renate. Ich hab leider... Nur ne Oze und die AK. Keine, Renate. Bei mir ist noch ein Zweier-Rucksack hier oben. Ein Revolver mit einem Magazin-Pack. Und die Mundi mit. Hab ich. Wart ihr schon auf der... äh... oberen Seite vom Berg? Hier. Da bin ich gerade durch. Okay. Achso, da vorne oben, ne. Also quasi aus seiner Sicht rechts. Ja, ich bin hier oben. Nein, nein, die andere Seite. Die andere Straßenseite. Achso. Der ist doch mal ne richtige Aussage. Soll ich doch. Aber nein, der feine Herr will ja nicht hören. Da hinten hinten hinten. Stark. Hä? Sollen wir dann mal dahin gehen? Wo mein ich gegenüber? Oder wollt ihr eher Richtung Norden versuchen euch durchzuschlagen? Naja, wäre fast besser, ne. Achso, was auch schon momentan für ne Waffen aus war? 16 A4 und zwei AKs. Hier liegt ne AK, wenn du willst. Oh, die würde ich sogar glatt nehmen, wenn du nur ein bisschen Munition mit dabei hast. Das ist Schluss, nicht Job. Warst du in den Häusern hier schon, Atze? Ähm, ja. Da war ich. Okay, ich geh nochmal durch. Hä? Hast du alle Türen danach zugemacht? Ich werte das als ein Nein. Ja. Seid ihr noch da? Jo. Warum bekomme ich denn keine Antwort? Hab ich. Aber da ist die Obe immer beschwerter, dass man mein Essen hört, habe ich mein Mikrofon ein bisschen unsensibler eingestellt und seitdem hört man meine Antwort manchmal nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Also ein bisschen nachjustieren. Im 16 A4 hattest du ja schon noch gesagt, ne? Hier in dem Haus, in dem Grauen. Okay. Glücklicherweise. Also lass uns Richtung Norden gehen, komm. Äh, Atze, komm mal her, ich hab noch was für dich. Geil. Und die Playboy. Also erst mal... Oh, wird angeschossen. Oh, geil. Wird angeschossen vom Berg. Oh, fuck. Äh, Atze, falsche Richtung, du guckst in die, hier Richtung, äh, Südwesten waren die Schüsse. Genau, da guck ich hin. Oh, okay. Fuck you duck. Äh, kurze Zwischenfrage, wollen wir abhauen? Was hast du mir noch gedroppt schon, oder? Äh, Mündungsfeuerdämpfer, wenn du den brauchst. Ah, nimmst du den mit? Dann nehm ich an. Ja, nehm wir wieder mit. Komm mal ab, oder? Komm. Äh, Atze, ich bin hinten dran. Oh, der tat weh. Wo schießt denn der? Ja. Ich seh ihn nicht. Ja auch nicht. Also ich steh hinterm Haus, oder? Halt den Kopf weg und verpisst euch, komm, lass uns gehen, über den Fluss. Sollen sie die leere Stadt nehmen? Ich seh ihn. Ich seh ihn. Läuft, äh, Richtung SW, ist jetzt zu diesem kleinen grauen Haus, das erste graue Haus auf der anderen Straßenseite rüber. Ah, okay. Nur einer oder was? So wie es sich anhört, sonst wäre. Ich würd sagen, wir machen Pesseria. Ja, der ist mir zu ungünstig da. Auf zum Fluss. Guck mal, dass wir zeitig irgendwo hier auf der anderen Seite sind. Genau. Dann können wir da drüben vielleicht noch was looten, oder so. Ich bin Flussmündung hier. So richtig zufrieden bin ich nämlich nicht mit dem Loot, was ich hab. Naja, war schon mal schlechter. Das ist richtig. Allerdings auch besser. Okay. Ach, da bist du. Ähm, Atze, warum so Helm los? Worgel. Ah! Der Kollege Affenzahn hat mir wegschossen. Aber ich hab wirklich noch ein Band von meiner Maske. Die schießen auf uns. Ja, die sind auf der anderen Plusseite jetzt. Komm da auf. Ja, komm Uppe. Wir sind nicht equipped für diesen Fight. Doch, du hast nicht. So. Habe ich das richtig gesehen? Suchen wir uns mal ein Häuschen. Ach, das könnte schön sein. Hier oben sind Häuser. Da. Die haben ein ordentliches Visier. Das kannst du vergessen. Wenn die uns jetzt noch beschießen. Oder das sind irgendwie die Querschläger, die noch aus der Stadt. Die halt nicht, Alter. Die aus der Stadt noch zu uns rüber kommen. Das Problem, Alter. Wenn die irgendwo in den Fenstaufen hast, hast du ja die verhäst. Ja, ja. Ja, ja. Kein Plan. Deswegen, lass sie auf uns zukommen. Klopf, klopf. Wir haben zu Hause. Hallo. Hier sind vier Stück drin. Für die Pumpe. Oh. Okay, nichts. Euer Rucksack liegt hier noch rum. Das war's. Ähm. Abzieh, komm mal her. Leute, ich bin auf dem Weg zum nächsten, gell. Da hast du zwei Stück. Mal drauf, deine Waffen vorteile, gell. Reit, 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 reit. Da bliezt es nicht immer so. Helm gibt's hier keinen, ha? Ne. Ich klopf mal an einem anderen Haus an. Nachbarhaus. Mal gucken, ob die was haben. Entschuldigung, ich bräuchte ein bisschen Milch. Ich bin gerade am Backen, hab vergessen die Milch einzukaufen. Keine Milch? Keine Milch. Keine Milch, doch. Da hier in die Richtung. Wenn du Helm zieht, ist Brotske schrein, gell? Ha 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 ha. Äh. Ich hab nichts als Schwulschrein. Okay. OAAAAH. Ich bin auch nicht wie ein Wikinger. Äh, nee, hab ich ja nicht. Aber ich hab ein bisschen Muni gefunden, was auch nicht schlechtes. Okay. Und war spaßig auch richtig. Ming Lee Tower. Die Türme sind echt geil. Okay, kannst du oben in alle Himmelsrichtungen gucken. Mhm, und vor allem in die Himmelsrichtung fressen. Das ist so auch nicht unrichtig, das, ja. Denk an meinen Helm. Kauf dir einen. Ich werde schreien, wenn es irgendwo einiges gibt. Ne, kein Helm. Ja. Bist du schon ganz oben? Ja, ne? Ja. Uns drin liegt, glaub ich, noch AK Muni in dem Wurf, könnte es sein. Hab ich gesehen. Schon mitgenommen, oder? Nehm ich mir. Hallo. Hat jemand noch Aufsätze oder so, für eine AK und Co.? Hm, war da alles getroffen. Ich war zuvor, wenn man was überlegt hat. Aufsätze. Mhm. Ja, Ortung rumliegen. Was hast du rumliegen? Ja, Ortung rumliegen. Ja. Drei Pros, drei Kontrast. Darf ich dich ja fies sein. Ja, und Statement? Ja, am Schluss dann noch, ja. Wollen wir zu den Häusern hier? Ja, mein Ort, weg hier. Ja. Habt ihr auch grad was fahren? Wir müssen irgendwie gucken, dass wir dieses offene Feld da vorne jetzt Richtung, äh, genau in die Richtung Atze. Dass wir das irgendwie überbrücken, relativ zeitnah. Okay, ich lauf mal durch. Ich fahr zu lang, ne? Ja, aber genau, warte mal. Aber wobei, wir müssen alle zusammen rennen, dann können sie sich nicht entscheiden, auf wenn sie schießen sollen. Wir müssen uns ein bisschen verteilen, dann können sie es auf jeden Fall nicht. Gut, Opel und ich, je nach Position, können wir uns vielleicht beide gleichzeitig treffen. Wär auch mal was Neues. 39 am Leben. Gut, wir sind drei davon. Ist es jetzt eigentlich wirklich gut, oder ist es eher schlecht? Alter, wir sind so weit nördlich schon, ey. Vielleicht wird es nach Shooting Ranger. Na, Shooting Range, wenn du da unten bist, bist halt... Da ist ein Auto links, ne? Das ist ein Buggy. Ja. Ist der da gespawnt, oder? Wir sind offen, oder zu? Siehst du das? Ne, definitiv nicht gespawnt. Als es zu ist... Weiß ja nix. Bleib mal stehen. Ich würd sagen, wir grenadieren ja schon mal alles aus, ja. Weil der Buggy ist da so nicht gespawnt, so viel ist schon mal sicher. Ist ich sicher? Ja. Die Granate war epic. Machen wir ein Haus nach dem anderen, oder? Also hier ist nix. In dem Haus ist nix, ja. Auch nur alle Türen zu, innen drin. Famous last words und so, ja? Auto? Ne. Oh, oder? Ja, ist das Buggy. Ich würd sagen, wir pissen uns gleich wieder hier, oder? Mhm. Schnell durch und ab. Schnell durch und ab. Was ist ein Helm? Ja, hier oben ist schon ein Zweierhemmer. Komme. Den Dreier hab ich gerade gerade angezogen. Kann ich leben. Verdammt, ein Zweierbeutjörner. Hey, Azi, hier ist ein Einzelhelm. Hol ihn dir. Okay, lass mal. Aber wer hat den Rauch hier geschmissen? Keine Ahnung. Ich glaub, Azi hat den Raum zu empfunden in Granaten und sich nicht verstanden. In dem Rauch hat er wenigstens, äh, es vergessen, oder versäumt, die Zweierweste anzuziehen hier drin. Lass uns ein bisschen hier in den Wald verpissen. Na, wer den Wald? Auto. Ganz weit weg Richtung Nordosten. Gesehen oder gehört? Uiuiui. Das ist Nordosten. Ah, der wird wahrscheinlich den Drop holen. Der ist so richtig im Norden unterwegs. Hier links ist ja auch noch ein Haus. Da hinten sind sogar noch Freihäuser. Wo wollen wir denn hin? Zu den Häusern links mal rein? Weihnachten. Die könnten wir eigentlich dann mal bebunkern, äh, also drin warten mal. Ja, eigentlich auch, ja. Vielleicht sind sie nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn sie sich zusammenzieht, da werden jetzt immer mehr Leute kommen. Das sitzt man nachher hier voll im Gemetzel. Da kam es natürlich viel früher verpissen Richtung Norden. Na, das Problem ist, wenn du Richtung Norden jetzt gehst, dann gehst du voll Richtung Shooting Range. Hier ist eine Scarlet, falls jemand braucht. Oh, die würde ich mir, glaub ich, so da nehmen. Ich hätte hier sogar einen Griff dafür. Hat noch irgendwer Visiere, irgendwas Gescheites. Da oben ist noch ein Rot-Dult. Hier ist ein Scarlet. Auto? Von mir. Kommt aus dem Süden, fährt an uns vorbei. Fährt nicht vorbei. Fährt nicht vorbei. Brems kurz. Ich hab nur kurz gebremst. Okay. Ähm, Opa, nimmst du die Scarlet? Jo. Oh. Ich hab nochmal ein Vierversuch zum Abgeben. Oh, geil. Dann darf ich den haben. Noch ein Auto? Die kommen wieder, die kommen wieder, die kommen wieder, die kommen wieder. Nee, das ist eine andere. Warte. 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 Irgendwo Richtung Südosten. Weiß, die kommen. An dem grauen Haus. Habe ich einen links gesehen. Ah, er ist noch im Auto. Einer ist noch im Auto drin. Okay, fahren weg. Na ja, Prutzke, hier. Hm? Ah, danke dir. Auf die AK oder auf die... M16. Hat der mal noch einen Rotpunkt gerade zufällig? Ich hab ein Holo zu mir nicht. Ah, beides. Ich glaub den wir beide. Ein Holo hab ich, aber... Ich hab sogar noch einen Kompensator, wenn jemand will. Pfff, pfff. Wurde schon wieder ein Auto. Das ist was ich gemeint hab eben, es ist jetzt voll... ...Impfverkehr. Ja, aber lass doch heute durchfahren. Ah, danke. Alles was jetzt hier durchfährt und nicht anhält, können wir nachher von hinten ficken. Hat da irgendjemand Magazine? So rein zufrieden liegen. Ähm. Von was? Magazine. Also Schnellwechsel, erweiterte... Achso, solche Magazine. Äh, ne, leider nicht. Außerhalb der Zone, logischerweise. Mhm. Ich hab losgegangen. Oh, fuck. Aber die Zone ist ja mal mehr so geschissen. Auf geht's, komm. Auf geht's, ja. Ich würd sagen, wir versuchen links lang zu gehen, oder? Da ist doch am meisten Wald. Ja. Weitere aber auch nicht mal, lass mal ein bisschen direkt gehen, ey. Ich will halt... ...vermeiden, dass wir irgendwie hier links bei der Shooting Range schnell lang müssen. Da ist Kacke. Wenn, dann will ich irgendwo dorthin. Direkt vor uns Feuerz, links vor uns Feuerz. Mhm. Hier geben sich's jetzt richtig... Ja, vor uns ist ein bisschen weiter weg. Geben sich's da unten an der Shooting Range richtig hart. Ich will halt dieses offene Feld da unten vermeiden. Lass uns hier oben in Gang zuckeln, hier muss aber auch einer sein, Herr Runger. Denk an die Zone, die kommt, gell? Ja. Ja. Da mitten im... Hier runter zu den Bäumen. Mitten im Tal sind welche. Die werden nicht drin sein, hast du, oder? Ne, ist nicht drin. Da vorne ist auch noch ein Baum. Links von der Zone sind auch noch welche. Ist der Stein drin? Alter, keine andere Möglichkeit als ab in die Shooting Range. Wenn, dann würde ich an den Rand von der Shooting Range gehen. Ja, komm. Rücken an die Mauer legen. Vergesst nicht, links ist was, ne? Ja, links smoken sie auch. Da ist ein brennendes Auto, aber noch weiter links, meine ich. Repairt euch mal. Ja, ich habe keinen Drink, sonst bin ich repaired soweit. Ihr seid da direkt vor mir. Ich glaube an dem Baum hier Richtung NE, beziehungsweise bei euch links, dieser eine Baum mit den orangenen Blättern. Einer ist auf der anderen Seite. Einer ist direkt am Auto. Einer ist Richtung 30 bei mir. Andere Seite der Mauer, ganz am Ecken. Der schießt auch die ganze Zeit. Die müssten zusamm... Gehören nicht zusammen. Einer robbt an der Mauer entlang. Das bin ich. Nein, 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 Richtung 30. Wir sollen sich schön battlen. Magst du gehen in die Shooting Range rein? Ja, guck mal die Zähne an. Ah, ich werde angeschossen, ich bin weg, ich bin scheiße. Und wo kam denn der Schuss? Oh, ich guck auf die Zone. Ja, 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 ja. Problem, ich bin jetzt. Oh, oh Gott. Ja, scheiß drauf, wir können ja vergessen. Weil die ist eine Schotte. Oh ja, direkt bei mir. Zwischen uns beiden Opel. Zwischen uns beiden am Hügel muss einer sein. Der hat geblutet. Der hat zerrissen, glaub. Ja. Hallo Arter. Nein. Fuck. Wenn ihr in die Richtung guckt, da seid ihr so offen gerade. Neun am Leben. Welchen Krabbeln kommt, äh, Crouchen? Ohne kommt. Äh, Atze, da kannst du nicht lang. Denn da musst du springen. Okay, da wird's gehen. Äh, wie gesagt, links an dem Zaun von dir, Atze, da oben war vorhin einer, der ist auf der gegenüberliegenden Seite von euch jetzt. Da, äh, ne doch nicht, sorry. Ich dachte durch den Eingang wäre was durch. Aber auf der Seite ist auf jeden, müsste da unten noch einer sein. Alter, geleg dich hin, ey. Nächste Zone ist echt kacke für euch. Viel viel Krabbeln ist kacke für uns. Wäre ein Wunder, wenn ich. Naja, aber jetzt habt ihr da links das offene Feld. Und rechts ist noch ein Hügel. Wir können ein bisschen warten. Wollen wir uns mal pushen. Hm? Okay, kommst du da vorne ein bisschen in die Kugel ran. Oh, rechts, kommst du schon noch. Dabei. Er kommt direkt auf dich zu. Drei Leute. Atze, du musst helfen. The fuck. Ah, kacke. Ah ja, da 3 Stück. Schade, schade, schade. Ja gut, dann schick's. War klar, wo die Leute hier sind. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir haben's quasi bis zum Finale durchgehalten.